Die Titelverteidigung Die Titelverteidigung Die Titelverteidigung Und Tina Struber jetzt auf Position 4. Es geht nur aus, die Französer sind nach vorne. Second voting for number 121, Elba Retriez, Netherland. Und Tina Struber auf Position 4, da Gold ist leider fast wieder auf der Zielgeraden. Es geht nur aus, es gewinnt die Französin, schon ihren zweiten Titel hier, als zweites Ames gesehen. Und Tina Struber.